Was zum? Oh man, wieso kriege ich gerade eine mega heißhunger? Äh, scheiße mit Erdbeeren? Ich befehle Ihnen zu erscheinen, um Ihre Bestrafung zu erhalten. Was mache ich denn jetzt mit dem? Ja, äh, keine... Okay... Ganz weh... Oh! Geh doch weg! Geh doch da... Was? Geh doch da raus! Oh... Motiv... Äh, geh doch, was er! Oh... Oh... Was für ein Auge? Aus. Was für ein Auge ist. Der von ihnen verursachte Schaden erhöht die Schwere ihres Verbrechens. Sie werden gefunden und zur Rechenschaft gezogen. Was für ein Auge ist. So, nochmal wieder rein. Auflagen. Okay, wir müssen also die... Hör uns den Ball an jetzt. Ja. Ja. Oh, Mann. Oh, scheiße. Wieder was leer. Bulma. Yeah. Das klingt nicht gut. Weg hier. Ja. 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 Oh, oh, oh. Ach, scheiße, das hat wieder zugemacht. Geh rein! Aufladen. Oh, oh. Malhalla! Oh, mal auf! Ich befehle ihnen zu erscheinen. Geh da rein! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. geh doch mal weg da mann ach scheiße mann das gibt's ja was will ich denn schon wieder in diesem verkackten feller jetzt könnt ihr kratzen geht doch vorwärts wo ist denn die scheiß medikitt gewesen ja ja ich suche mal wieder warum wechselst du auch mal mit die knarre habe ich gesagt dass ich das tue war auf der teil Prozent jetzt was was glaube ja oder oje was wie die habe ich gefangen genommen wie geht das denn überhaupt noch das kann auch nicht wir haben den selben Namen so und ich Will 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 in Amerika nennt man mich den gefällt mir nicht ich bin ein glücklicher Mann schauen sie her es klingt so negativ sagen sie es richtig einmal sagen sie es korrekt 2 10 Vioskull wir kommen wieder zu uns stecken ordentlich in der scheiße johnny cowboy war rechtzeitig nach hause willkommen wie ist der status noch durch aber nicht mehr lange überall von 9 die Basis ist jetzt 4 hier zusammengeflickt Karolina ich stecken uns im hochschrauber aber auch wieder bei es ist wieder aufstehen und drüber die anderen verloren sind entweder tot oder verstecken sich sie werden uns alle finden sie werden uns alle finden ist nur eine frage der Zeit oh man oh scheiße einer lebt noch es tut mir leid ich wünschte du hättest ja sag mal oh ja ich gebe ihm aber Hans glaube ich ne nein alter was e Herr hat alles gibt es noch nicht die dinge geben laufend jedoch kaputt du lauf nicht doch nicht jetzt wechsel doch endlich man max 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 ich habe über vier politik und machen jetzt ja ach so ist der leiter kann ich hier hoch Ach, gedrückt halten. Jetzt Nazis abmetzen, das macht richtig Laune. Was anderes haben die auch nicht verdient, ey.